servus und herzlich willkommen zu einem neuen part hier bei raft wir sind das letzte mal ja hier in tangaroa endlich gestrandet ich habe mich zumindest noch ein bisschen durch die gänge gewühlt und jetzt ist immer im grunde angekommen hier in diesem container dingens hier und da möchte ich natürlich mit euch möglichst zügig durch und mal schauen wie zügig ich das schaffe also das erste was ich jetzt mal mache ist ganz klar wir gehen erst einmal hier rüber hoch wir schnappen uns diese kiste lassen wir runter dann diese dann muss ich mal überlegen ich glaube der hier muss nach oben ich denke das ist jetzt der der schnellste weg den man machen kann und sollte auch nicht länger dauern als ich sage jetzt mal zwei minuten oder sowas so hier rüber das ding hier runter dann muss der hier runter dann der hier muss runter jetzt muss ich überlegen ich glaube der hier war es rüber dann die nach oben dann muss ich das also ich weiß den nicht mehr so hundertprozentig den weg aber so ungefähr habe ich es noch im blick der hier so dann muss der nach unten manchmal ein bisschen verwirrend das ganze aber ich glaube wenn man das so ein zweimal gemacht hat dann geht es schon so ähm ich glaube der muss jetzt halt weg so kann man ein bisschen rüber gehen dann muss der als durchgang hin dann warte mal muss der hier weg ah ja doch der hier muss weg und der hier muss nach oben weil dann hat man nämlich das da frei und dann nach rüber dann muss jetzt muss ich echt überlegen ganz kurz ich glaube der muss hier rüber und dann müssen wir die kisten nur noch nach unten schieben und dann sollte es sogar passen wir können hier durch wir können hier runter in den raum und wir können da zur tür raus relativ schnell also ich sage mal eineinhalb bis zwei minuten ungefähr und dann hat man das eigentlich gelöst also wer sich das merken will oder sowas ich werde es auf jeden fall irgendwie so verlinken so betiteln dass jeder der hilfe braucht bei dem container rätsel das dann auch wirklich schaffen kann so wir gehen jetzt erst einmal in den raum hier und holen uns die sachen die wir da haben unter anderem natürlich super leckeres titanerz so ach ja und da habe ich das okay da war ich mir jetzt eben nicht mehr sicher ich da bin ich mir nie sicher mit diesem ding so dann sind wir nämlich auch schon da und haben den ersten plan gut gut okay okay so ouch das war die rache ne weil ich dich erwischt habe so lass dich aufsammeln dankeschön so jetzt kommt ja dann das mit dem wasser und da bin ich mir immer nie sicher ne weil hier kommt man ja nicht rein das ist ja zu und mit dem wasser wenn ich das jetzt halt flute bin ich mir nie sicher wo ich jetzt halt hin muss hin muss ah genau da dann müssen wir da durch generator storage area plantation ah ja stimmt 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 ja einmal hier im kreis und dann ist man eigentlich auch schon wieder an dieser leite hier wunderbar da ist glaube ich nix zum holen da ist nix zum holen sagen wir mir erst einmal das zeug hier ein und noch mal eine notiz wenn du denkst du da an die riesen starren und sagen die das ist eine aussichtslose sache hier mit tanga roh und wir sollten hier verschwinden so loading bay plantation genau plantation möchte ich auf jeden fall weil ich ja die die dinge haben möchte die erdbeeren und die kann man ja zum glück so pflücken die bananenzimmer wurscht da haben wir genug ah ja das stromgehopse da yes die sind mir wichtig aber weh kann muss ich die auch so anpflanzen ich weiß es jetzt gar nicht klebeband notiz weh weh Okay, wir brauchen drei Klebebänder. Nummer zwei, na ja, stell dich nicht so an. So, einmal hier reparieren. Da sind keine Klebebänder mehr. Oh, warum schieße ich immer wieder? Ihr glaubt gar nicht, wie häufig mir das passiert, dass ich wieder auf die Taste drücke. Da geht es dann weiter. More Erdbeeren, yes. Thank you, thank you. Ich weiß jetzt nicht, wie viele man da braucht. Auch drei Klebebänder. Ja, haben wir ja schon mal festgestellt, ne, Tangaroa, die Stadt der Klebebänder. Die Golfkarrenmotoren, okay. Ja, die Investoren, ne. So, na ja, okay. Ich habe Erdbeeren bekommen. Ich habe schon Angst gehabt. Schrott nach oben, Titan nach oben. Das kann ich dann essen, wenn es runter geht. Trinkenmäßig habe ich noch. Das passt. Ich habe auch noch mal eine 30 Pfeile, wunderbar. So, dann können wir jetzt erst einmal die Türen aufmachen. Wenn ich nicht hier gleich mit einem Roboter zu tun habe. Okay, vier Pfeile sind es immer. Alles klar. Und die Schlüsselkarte haben wir ja wohl. Das war wichtig. Da haben wir noch einen Hinweis. Was? 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 Ich habe noch keine Ahnung, Embrunterfläche. TWO Ich bin jetzt einfach mal so frei und wir machen jetzt zuerst einmal alle, alle Türen auf. Ich glaube, das ist für mich jetzt zuerst einmal am Sinnigsten. Ich kenne mich eh hier nicht so aus. Ich werde sehr viel rumrennen, Eventuell auch das eine oder andere schneiden. Weil es sonst einfach zu lang dauert. Ja, da ist er. Da ist das schöne Schiff. Oh, Hallöchen. Ja, dann lasse ich den Rest. Dann lasse ich den Rest. Da würde ich sagen, machen wir lieber... ...Tangaroa. Das ist sinniger. Aber ich tue mal ein paar Sachen raus, weil wir werden sehr viel sammeln auch noch. So. Ich verräume mal das Zeug und dann werden wir loslegen. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich hatte jetzt bloß gerade das Problem, dass das Spiel irgendwie ausgestiegen ist. Jetzt wollte ich weitermachen. Aber ich konnte noch nicht einmal mehr meine Waffen wechseln. Ich konnte nicht ins Menü und gar nichts. Zum Glück speichere ich jedes Mal, wenn ich ins Pause-Menü gehe. So, lasst uns mal gucken, ob wir... Okay, gut. Zack. Ob wir das schaffen. Ich fange jetzt einfach mal hier mit dem ersten Haus an. Ich glaube, das ist irgendwie... ...so, das ist der nächste Weg, erst einmal den ersten... ...das erste zu machen. Hier müsste es nämlich ein paar Tokens geben. Aber es ist ja immer so, dass man sich ein bisschen durchsuchen muss, wo was ist. Vor allem hier in Tangerua, das ist ein ewiges Gesuche. Naja, aber man kann es schaffen. Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Ne. Genau, die erste Tür hier. Muss nur mal aufpassen, wegen diesen Ratten, weil die halt auch überall sein können. Also, foltert mich nicht, wenn ich jetzt irgendwo eine Münze übersehe oder so. Weil manchmal ist es wirklich blöd, die zu sehen, weil die dann in irgendeiner Vase oder sowas liegen oder was weiß ich. So, wir machen auf jeden Fall... Oh! Ein Bienennest... Äh, Netz... Nest. Nice. Das ist nice. Gibt es wieder Steaks? Das andere habe ich ja verräumt, ne, das wisst ihr ja. So, oh! Da-da-da... Da-da-da-da-da-da... Ich glaube, in den Schränken braucht man gar nicht reingucken, weil da ist immer nie was Klebeband. Also, oder zumindest selten halt was Sinniges, ne, dass ich da mal... Ah! Äh... So... Holen wir gleich noch eine. Normalerweise sollten die gar nicht mehr funktionieren. Die Roboter, finde ich zumindest. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich auch ein bisschen Probleme habe, gerade hier mit meiner Aufnahme. Ähm... Ich hoffe nicht, dass es zu arg gestört hat. Da gab es anscheinend einen Fehler. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas gemerkt habt. So, Haus Nummer 2. Da sind wir dabei. Ja, die Kassette werden wir dann auch finden. Ah, ich sehe schon, da ist irgendwie ein Error. Von daher werde ich mal ganz kurz eine Pause einlegen. Sorry für die Schneiderei. Irgendwie habe ich heute extrem Probleme. Ich weiß es nicht, warum. So, jedenfalls, ich bin jetzt zwischenzeitlich auch mal schlafen gewesen, weil es war dann doch schon 1 Uhr nachts oder so. Und, äh... Ja, jetzt muss ich mich erst einmal wieder reinfinden. Wir sind, glaube ich, im Gebäude 2, wenn ich mich nicht täusche. Und es müsste hier auf jeden Fall irgendwie... Ja, genau, Klebeband geben. Sowieso, ne? Aber eben auch vielleicht die ein oder andere Münze. Da ist nichts. Da haben wir nochmal Klebeband. Yep. Schauen wir mal hier. Da könnte natürlich auch wieder mal eine Red sein. Jawohl. Ach, das bleibt einfach stehen. So. Okay. Schauen wir mal. Da haben wir nix. Und ich möchte vor allem nicht nochmal hierher kommen. Ich möchte deswegen nach Möglichkeit alle Klebebänder, alle Münzen eben alles mir holen, was irgendwie holbar ist. hier haben wir einen Safe. Auch nochmal eine Münze irgendwo. Nö. Schön. Titan. Da könnte ich eigentlich die Melone mir mal reindrücken, weil das bringt ja auch Flüssigkeit. Also auf jeden Fall getränkemäßig bin ich gut ausgestattet. Also im Grunde ist hier nix in dem Bereich. Dann fahren wir mal noch eins hoch. Wir haben ja noch den achten Stock. Diese Fahrstuhlmusik. So. Ich schaue halt, ne? Könnte sein, dass irgendwas drin ist, wenn es nicht gerade so ein Steinpfeil ist. Münzle irgendwo. Also ich rushe auch hier so ein kleines bisschen durch. Also wenn ich vielleicht mal den ein oder anderen Schnitt mache, weil ich eh bloß am Laufen bin, dann ist das so. Halt, da haben wir ja auch noch eine Wohnung. Das ist bestimmt auch wieder eine Red, oder? Und Okay, ist keine. Nochmal ganz kurz zurückgucken. Weil auf den Regalen liegt ja auch ab und zu mal eine Münze. Wo die überall ihre Münzen hinlegen, ne? Auch eine Kiste. Da liegt eine Münze. Klebeband. Klebeband. Münze. Das sieht so aus, als wäre da oben auch eine Münze gelegen, weil das Buch hier so geglänzt hat. Okay, dann haben wir dieses Gebäude. Dann können wir einmal wieder runter. und das Zeug nach oben sortieren. So, der Bogen ist jetzt auch dann gleich durch. Dann gehen wir weiter ins Nummer 5. Woher rennst du? Oh. Okay, wie gut, dass ich jetzt die Machete so schnell noch nehmen könnte. Okay, also Nummer 5 ist dann das dritte Gebäude, wo wir reingehen. Ja, wenigstens spielt hier einheitliche Musik, ne? Ui. Handzaft jetzt? Musst du das rumhopsen? Gut. Aufzug ist also eine gute Sicherung. Das ist nice zu wissen, ne? Klebeband. Münze. Gerade so die Kante noch gesehen. Ich glaube, in den oberen Schränken ist immer nie was. So, schauen wir mal da noch. Ich will immer erst gucken, wegen Ratten. So, haben wir noch mal Klebeband. Münze. Irgendwelche Finderlinge. Auch ein Kühlschrank ist nix. Da haben wir noch mal eine Münze. Jawohl. So, dann haben wir hier noch den Raum mit. Machete zu öffnen. Dann habe ich die Machete auch endlich weg. Habe ich den Haken gefunden? Ich glaube, ich habe ja keinen mitgenommen, ne? Interessant. Nochmal eine Münze. Und eine Kiste. Ja, und wieder anderes Zeug, ne? Okay. Damit hätten wir dieses Gebäude auch geschafft. Und von der 5 gehen wir jetzt... Ich glaube, links rum war das... Ja, ich habe noch alle Pfeile. Ich glaube, das war das hier, ne? Nummer 9. Ja. Einmal auf die 11. Muss mal gucken. Normalerweise kann man Tangerua schon an einem Tag durchmachen. Also innerhalb von, ich sage jetzt mal 30, 40 Minuten, kann man Tangerua eigentlich abschließen. Wenn man dem Weg folgt, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein Gebäude von der Nummernfolge her nach dem anderen. Jetzt waren wir doch schon ein paar Mal hier drin. Nein. Ups, da war jetzt wieder ein Geruckel. Ne, da ist nichts weiter. Zumindest habe ich jetzt nichts... Die eine Münze halt jetzt hier, ne? Okay, weiter. Nächstes Apartment. Ich gehe nach hinten durch erst mal. Von hinten anfangen, ne? So, da haben wir nichts. Regalicht nichts. Da haben wir wahrscheinlich wieder einen Koffer oder irgendwas. Oder? Ne, Feschberbox. Eine Feschberbox mit einem Rezeptler. So, aber ich glaube, in der Bude gibt es nicht wirklich was, ne? Ne, lass offen. Nimm das Zeug raus. Ne. Können wir quasi direkt wieder gehen. Ähm, elf genau. Jetzt noch auf die 13 schnell. Einmal Klebeband. Münze. 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 Diesmal kein Klebeband. Passt schon. Oh, ein Safe. Das ist natürlich nice. Super. Aber, ich hau mir die jetzt mal rein, weil die. Na gut. Dafür habe ich jetzt die Schüsseln drin. Ich wollte gerade sagen, die nehmen mir jetzt eigentlich bloß Platz weg. Aber ich habe die Schüsseln, die ich dann aufhebe. So. Äh, nein. Jetzt schauen wir hier noch rein. Klebeband einmal. So. Klebeband einmal. gehe ich jetzt nicht weil das es bringt nur lud ich glaube da findet man nicht wirklich was notfalls muss ich halt da noch mal her aber so viel ich weiß es da ist halt einfach nur ein bisschen zu finden aber nichts wichtiges wie jetzt eine münze oder klebeband oder sowas gut dann haben wir das gebäude durch und dann würde ich sagen mache ich an der stelle dann auch fini ich weiß jetzt nicht wie lange der part geworden ist weil ich einige schnitte hier drin habe wegen mein video problem ich hoffe dass es jetzt nicht allzu schlimm sollte er nicht ganz eine halbe stunde lang gehen lasst mich gerne wissen in den kommentaren wenn es euch gefallen hat natürlich gerne ein like da lassen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag schön abend schönes wochenende was auch immer bis morgen ciao tschau tschau